hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 auf dem pc auf der oberthal wir beginnen mal wieder mit einer neuen aufnahme und schwer zu erkennen denn wir stehen wieder an unserem farmhaus hier sozusagen ja müssen mal gucken dass wir unsere helfer wieder in gang kriegen denn eigentlich müssten ja welche unterwegs sein einmal hier war einer wasser ausladen jetzt ist das wasser fast leer ich habe mir das wasser fast wieder zurück geändert dass nur 18.000 liter eingehen das hatte ich ja mal geändert dass 32 reingehen aber ich glaube dass der so schaukelt das licht daran dass wir da einfach zu viel drin haben er wird hier weiter wasser betanken und beladen ich weiß nicht wie es generell aussieht hier sind 603.000 drin also ja irgendwann wird es schon voll kriegen 641 669 600 auch 669 ist ja fast identisch aber das ist immer schön der nacheinander abfährt ja kurken werden immer größer tomaten müssten auch immer größer werden jetzt natürlich trigger alle voll ja wie gesagt für meine griffe die produktion relativ schnell aber ja lassen wir das ganze bisschen stehen holen es dann aber wackelt noch so rum oder jetzt getäuscht oder momentan ist ja fast leer kurz warten wenn er ja abbiegt ob sind auch oder aushebt es gibt so um das fass weiß nicht an was das liegt na gut lassen wir mal fahren wenn ich muss mal einsammeln wenn man eine kurve nicht kriegt ja so der steht einfach nur erstmal hier rum ach so hier wollte man auskippen da hat man noch saatgut geholt die spritze hier war auf dem rückweg die können wir gleich erstmal einsammeln das ist ja hier das ist ja das überbleibsel von unserer mission sozusagen wo wir unkraut bekämpfen wollen was aber eben nicht zu spritzen geht wenn es gestriegelt werden soll wird halt gestriegelt werden und nicht gespritzt sozusagen wenn ich mir den träger recht angucke können wir den noch kleinere betanken so genau diesel machen wir rein bei pflanzenschutzmittel haben wir hinten vorne voll können wir den hier eigentlich wieder weg stellen wenn irgendwo steht hier der düngerstreuer glaube ich an feld 13 wenn ich mich jetzt nicht täusche diesmal haben wir haben die mission nicht angefangen wir haben sie zwar angenommen wenn wir gucken die mission sind beide noch aktiv und wenn wir sie nicht anfangen kriegen wir das geld nicht von der mission hätten wir sie angefangen hätten wir bestimmt das geld gekriegt das wird man ja bloß in trecker hinfahren lassen aber popcorn ist auch voll nehmen wir das gleich mal hier mit also wie viel mais ist überhaupt noch da ach mais ist alle ja gut dann wird hier nichts mehr produziert würde ich sagen da können wir nochmal gucken wo man es gewinnen bringt verkaufen können dann stehen stehen alle produktionen stehen noch nicht alle produktionen ich glaube bier wird noch produziert ne das ist so das einzige was noch geht also zum glück geht bier noch zu produzieren ja so zum hotel müssen wir da werden wir mal einfach dort hinschicken und zwar hierhin müssen wir mal hier stück in die spur fahren nicht dass wir sonst hier noch mal die rückwärts spur erwischt wenn wir dort stehen aber so sollte das ja funktionieren oh hier wird noch milch gefahren da steht noch sonne rum ungünstig einmal wieder anschalten das kann man gar nicht eingestellt wie oft er fahren soll diese milch ist überhaupt noch drin oh kühl müssen sauber gemacht werden milch sind dann noch 24.000 liter drin ja gut lassen wir einfach mal fahren gut dort wird natürlich noch produziert in der molkerei da müssen wir auch mal hingucken dann bei gelegenheit ach so wir könnten auch noch bäume schneiden schafe weiß ich jetzt gar nicht so hier steht unser ringer streuer jetzt weiß ich gar nicht ob wir jetzt hier am feld feld 7 auf der 13 streuen ach nee auf der 43 wollen wir striegeln und die 7 wollten wir düngen ach der 11 können wir dann auch düngen ich weiß nicht ob die anseemission komisch dass die ki das nicht anseht das wundert mich so ein bisschen also wir düngen erstmal die 7 so wir müssen mal gucken ob wir einen kurs haben ich glaube aber ehrlich gesagt eigentlich haben wir den nicht weil es würde mich jetzt auch wundern wenn wir den hätten so ein bisschen so nehmen wir mal feld 7 nochmal zurück feld 7 ist noch drin aktuelle fahrzeugposition ist drin wir machen mal zwei vorgewände oder können ruhig zwei machen das spielt eigentlich keine rolle ringsherum weiß ich gar nicht ob da was im weg steht da können sie bei zwei lassen bei zwei und deshalb ich sag mal der dünger steuer den stürzt nicht eventuell die spritze dass er hinten irgendwo hängen bleibt aber hier irgendwo so ein feld hat muss auch abgeändert von einem vorgewände auf zwei vorgewände dann vorgewände planen sie erst und wir machen hier wieder den obligatorischen meter weniger damit alles erwischt wird das bisschen mehr dünger was wir da brauchen ich glaube das fällt bei uns nicht auf so ja speichern das muss und dann können wir einen ersten wegpunkt einstellen genau das auto drive nachfüllt ist eingestellt feld 7 ist eingestellt dünger produktion ist eingestellt dünger ist eingestellt da kann ich ja anfangen so und hier ist das andere gute stück der eigentlich zu feld 43 fahren soll das heißt eigentlich meine erfährt auch dorthin ist klar welche schönen felder hier in die k.i. hat sie einfach nicht eingeseht so unser lkw ist angekommen am hotel wir wollten eigentlich oben bei der äh beim milchwerk gucken ähm wie man sieht der lkw da war schon dort der ist auf dem rückweg ja putereinfett hat man ja ein bisschen was produziert also das ja das ja weiß ich nicht das lass mal drin weil hier sieht es auch nicht schlecht aus also hier wird noch produziert aber ich denke mal was wir herfahren könnten sind doch bestimmt paletten generell weil es sind ja drei trigger die hier paletten brauchen so und zwar ja paletten haben wir zwar noch 100.000 da aber da könnten wir auch mal bei gelegenheit nochmal eine richtige ladung herfahren denn wenn wir sehen wir haben jetzt auch 140.000 liter milch hier die sich vermehrt ja egal dafür haben wir milch hier so er ist noch nicht dort ähm aber der andere war beim hotel angekommen hier müssen wir erstmal wieder ein Stück wegrangieren eigentlich könnte man vielleicht einen zweiten Anfahrpunkt uns machen wo wir halt nur mit paletten hinfahren ich weiß es nicht so und abladen ja kriegen wir auch ein bisschen Geld aufs Konto ne so den schicken wir jetzt nochmal in die Brauerei weil da denke ich wird auch noch was produziert ähm paletten ja 146.000 gab es da dafür nicht schlecht also werden wir uns schon noch ein bisschen was an Gerätschaft leisten können und Felder denke ich mal auch also zumindest die Felder die wir jetzt hier in Missionsarbeit so ein bisschen beackert haben das sollte man gucken dass wir die kaufen vielleicht sogar schon kaufen ähm weiß ich nicht wie sieht es denn jetzt überhaupt aus auf Felder 3 also 43 auf alle Fälle also da bin ich mir schon ziemlich sicher dass wir das kaufen eine hier 26 Rotkohl boah weiß ich nicht was wir damit machen sollen aber hier ähm den Mohn die 14 und die 7 das werden wir kaufen die 1 glaube ich werde ich nicht kaufen weiß ich die Pappeln oder ja brauchen wir auch relativ viel Hackschnitzel eigentlich nicht denn wachstumstechnisch ist klar das ist das passt soweit und Bodenbeschaffenheit ja hier kommt die allererste Düngerstufe drauf ja hier das Unkraut wollen wir ja wegstriegeln was ist dann da drunter da drunter ist dass es geflügt werden muss ja dann ist einmal gedüngt mal sehen ob wir das nochmal düngen können das wäre schon nicht verkehrt da sollte man gucken meine Sessor aus Unkraut ist dann bekämpft Mensch mal kein Unkraut drin achso wir können Feld 45 doch bestimmt auch düngen oder ja da müssen wir mal gucken da sind beide beschäftigt sollten wir vielleicht so einen anderen nochmal in Gang bringen so er kriegt natürlich jetzt hier keine Milch mehr deshalb fährt er auch nicht weiter achso dann müssen wir ihn hier einfach mal weiter schicken das will er nicht warum nicht ok den kann ich nicht zum nächsten Ziel schicken bei einem normalen Fahrer geht das doch eigentlich ähm ja dann fahren wir die Milch mal halt selber weg aber vorher machen wir was anderes vorher werden wir hier einen umrüsten dass wir da unser Grasfeld schon mal düngen denn der Düngerstreuer da unterwegs ist der wird ja dann die nächste Mission machen war der andere schon angekommen ah der unten fährt er noch er wird auch gleich da sein da sollten wir vielleicht dann nochmal hinspringen und den gleich mal einstellen so da drängen wir uns mal hier vor ähm der muss jetzt erstmal zu Feld 45 eigentlich soll er sich dann beladen natürlich an äh äh der Luftproduktion mit Dünger und mit Dünger auch beladen wenn der Dünger noch da ist Dünger ist noch da so und dann kann er eigentlich ähm auch er natürlich einen Kurs äh Düngen 45 muss es eigentlich geben oder haben wir doch schon mal gedüngt bin ich mir doch ziemlich sicher so am ersten Wegpunkt ist eingestellt Postplay ist eingestellt das übernimmt dann man kann eher hier losfahren ne das ist doch Quatsch was wir jetzt machen wir hatten doch schon gedüngt wo wir noch hatten doch schon gedüngt wo wir noch ähm Gras weggesammelt haben ich doch total verkehrt jetzt genau das steht ja noch auf abgeerntet also wir brauchen eine Wachstumsstufe vorher brauchen wir den Düngerstreuer nicht hinzuschicken denn wir sind doch schon mit dem Düngerstreuer drüber gefahren gut ähm dann äh machen wir mit dem hier Düngermission auf Feld L dann fährt er halt nicht zur 45 dann fährt er halt zur 11 ähm Kurskolle schalten wir wieder aus denn ich glaube für Feld L haben wir kein ach doch Feld L Düngen haben wir auch schon mal gemacht dann laden wir Feld 11 erster Wegpunkt schalten wir kurz wieder an also fährst halt dorthin so wo habe ich jetzt mal LKW stehen lassen ähm halt erst mal das Gras wieder ausschalten so und der LKW steht doch hier irgendwo oder ich sehe ihn nicht mitten auf der Straße mitten auf der Straße drinnen dann könnten wir eigentlich das auch noch beißbutterreinfett reinschütten ich weiß nicht wie viel wir denn brauchen in der Bäckerei aber ähm ja meine gut die andere Seite ist ja immer die Bäckerei in Gang kriegen dauert das eh noch eine Weile denn uh keiner gesehen denn wir müssen ja erst mal noch Zucker herstellen ne das ist ja so noch das nächste was wir erst mal machen müssen hier ist richtig er hätte abpiechen müssen denn bevor wir nicht Zucker hergestellt haben können wir doch sowieso die Bäckerei nicht in Betrieb nehmen meine gut wir könnten das schon hintransportieren die Frage ist natürlich wie transportieren wir ob das Butter reinfällt ich meine es gibt vom LS Mapping Team klar diesen einen Trailer ich glaube den werden wir dann auch noch brauchen dazu ne ach der ist ja bei der Map mit dabei wenn man sich die runterlädt das ist schon mal nicht verkehrt ja rechts steht schon der Tabak so so Verladung dann ist hier drüben ausladen so wir müssen jetzt mal hier gucken unser Striegel ist nämlich angekommen ja also ein Kurs kriegt er ist klar wir werden wir machen auch das Vorgewende zuerst würde ich sagen das können wir einfach so machen wie es ist und was weiß ich drei Vorgewende 15,2 naja machen wir mal 15 da erwischt er schon alles und so rum und so rum so am ersten Wegpunkt so das funktioniert erst mal booh eine Stunde 45 würde ich triegeln okay dann müssen wir es speichern oder müssen wir es nicht speichern doch weil eigentlich will ich das Feld nicht nochmal striegeln speichern mal nur dass wir einen haben für die Mission hier den letzten Verordner mit striegeln werde ich nicht anfangen so also erfährt hier noch Wasser ja ich bin so ein bisschen hinhergerissen ob wir die Tomaten und die Gurken eben verkaufen jetzt schon das werden wir jetzt verkaufen dann wird er wieder neu produziert ich glaube das lassen wir erstmal hier stehen so der kann mal hier wieder eine Garage so er ist noch auf dem Weg zu Feld 11 ich meine er müsste er müsste ja dann automatisch ähm ach da sind die Karotten auf 11 die haben wir auch nicht angesehen die hat die KI angesehen ne wo fährt er da lang na gut er muss hier oben rum naja das wird schon irgendwie passen so hier können wir nochmal gucken ob wir hier irgendwo noch was umlagern können denn hier ist ja noch oh Wasser ist alle kann nicht das passieren ähm naja kalt müssen wir auch nicht machen warum ist denn das Wasser so wie viel Dünger ist jetzt hier drin sind 50.000 drin da können wir hier nochmal den Hängerfüll mitnehmen da gehen ja plus 40 rein da werden wir den nochmal in unsere Düngersilo schütten dann müssen wir mal gucken dass wir oben einen Lkw finden denn wir werden Sicherheit finden ich habe das Wasser verdunstet oder so hier einmal Dünger rein Dünger ist doch schon relativ ordentlich drin ja haben wir dann knapp 100.000 206.000 Saat gut okay das ist also die nächste Saison dürften wir einen Griff haben sozusagen der Lkw ist da ähm wir haben mal den hier da ja fast ja ne laden wir erst mal aus oder da machen wir mal eine ladung voll so und hier gucken wir mal wir könnten eventuell eine mitte sommer meine ernte ist ja eigentlich in sicht wenn man mit denen höchstens noch mal wirklichen ladungen gerste oder weizen sofern wir es noch zusammenkriegen in die platgutproduktion schicken beziehungsweise 46 weizen den kann man noch hinschicken wir haben noch 179.000 liter mais warum wenn wir dem nicht noch zum pop kommen rocken haben wir auch noch 116.000 da können wir doch noch mehl draus machen oder also 46.000 liter weizen die schaffen wir noch mal in die düngerfabrik da schicken wir den einfach mal dorthin was doch gar noch offen hier die düngerfabrik und sagen mal eigentlich getreide ausladen dorthin soll er so hier wird fleißig gestriegelt da ist gleich leer wir hatten bloß wasser hier in die flüssigdünger gebracht oder so hier einmal aufladen wie weit ist überhaupt der andere düngerstreuer so prozent technisch wollen wir mal gucken das ist ja dort oben feld 7 sind wir schon bei 90 prozent das sieht nicht verkehrt aus unkraut bekämpfen schon 12 prozent da ist auch nicht einmal rum gewesen oder und 18 wurden schon auf feld 11 gedüngt also der ist auch angekommen weil nämlich würde ehrlich gesagt mal interessieren was passiert wenn wir jetzt noch das feld ansehen es wird einfach nicht reif dann oder so wie sieht es generell bei den tieren aus hühnerstall pass schafe passen halchen ja hier könnte ein bisschen heu hin ein bisschen hafer ich meine das sollten wir auch demnächst nochmal mitmachen bevor die ernte anfängt dann machen wir halt mal noch eine runde sauber bei den kühen so unser gentier ist angekommen der fabrik ja gut diese lage kann man auch mal wieder ins holz sie beschaffen hier so 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 dann stellen wir den wieder rein und da werden wir uns dann ich denke mal morgen zum sonntag weiter um uns halber kümmern denn das soll es dann erstmal folgt gewesen sein ich sag mal vielen dank fürs reinschalten wird mich natürlich freuen wenn du morgen wieder reinschaltet bis dahin und tschüss so 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 so